So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und an herzlich Gäste, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Is It Love. Voll rot wollte ich gerade sagen, aber nein, das ist Drogürchen-Propürchen, wir sind bei Drogürchen-Propürchen tatsächlich. Es ist tatsächlich, glaube ich, das Mikrofon war Schrottes, ich dachte, ich habe einen Kabelbruch gehabt. Aber das Mikrofon hat so ein bisschen langsam den Geist aufgegeben. Schön ist es nicht, es ist echt ärgerlich. Also ich wünsche nochmal ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Drogürchen-Propürchen mit kaputten Mikrofonen. Jawohl, aber ihr habt euch das so gewünscht, ich soll vorlesen, sagt ihr, ich soll keine Musik mehr so reinspielen, sondern ich soll nur vorlesen. Also versuchen wir das und machen das Beste draus. Also Nikolai, begib dich nicht auf Drogos Terrain. Wenn du vorst, mit dem Feuer zu spielen, werden dich eventuell nicht beschützen können. Aber ihr müsst zugeben, dass ich ein bisschen entdeutsch bin. Ihr weiß nicht, was du eigentlich suchst. Ja, wir sind alle enttäuscht. Ich fühle mich schuldig. Sein Urteil ist einfach so akzeptabel und ich möchte gerne mich rechtfertigen. Das Bild, das er vor mir zeichnet, ist einfach alles andere als schmeichelhaft. Ich werfe einen Blick auf Drogo, der sich nicht für uns zu interessieren scheint. Ja, es tut mir leid. Ich suche hier gar nichts. Ich wollte nur Dinge mit ihm wieder gerade rücken. Nikolai sieht mich an. Ich weiß, dass er überlegt, ob er in meinen Gedanken lesen soll. Aber wenn ich eines hier gelernt habe, dann, dass er nicht der Mann zu sein scheint, der sein Wort bricht. Wir werden sehen. Zwei Regeln. Damit zwischen uns alles gut ist. Halte dir von Drogo fern. Und kumma dich und blori. Oh, baff. Okay, das ist hart. Wie soll es weitergehen? Du spielst Hände. Wir haben es durchgespielt. Ohne weiteres Wort verlässt er das Zimmer. Ich denke, die Botschaft ist angekommen. Er trägt mir noch immer nach, dass ich zu spät gekommen bin. Ich will gar nicht wissen, wie Drogo darauf reagiert. Und verlasse den Raum einfach direkt in Richtung Glory. Ich sollte zusehen, dass ich Nikolais Zimmer, äh Nikolais ansehen, wie der steige. Ja. Ai, 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 ai. Ich laufe über den Flur und werfe einen Blick nach hinten. Nach hier und nach da. In der Hoffnung, die Kleine zu entdecken. Schließlich finde ich sie auf ihrem Bett. Sitzend, sie schmollt. Ich klopfe leise an die Tür und gehe rein. Sie sieht alles andere als liebenswürdig vor sich hin. Sie spielt mit ihren Puppen und beobachtet mich gar nicht weiter. Ich nähere mich ihr vorsichtig und setze mich auf die Bettkante. Glory? Sie ignoriert mich weiter. Achso, ich habe sie ja gelorriet. Das Ego in dieser Familie ist echt ein Problem. Komm schon, Laurie. Es tut mir leid. Ich war doch gar nicht lange weg. Es gibt keinen Grund, so ein Gesicht zu ziehen. Du hast gesagt, dass ich ein Biest bin. Ja. Ist es nicht so? Und das finde ich auch immer noch. Ich versuche sie zu besänftigen. Ich sukke mit den Schultern. Na, komm. Weißt du? Das habe ich nur gesagt, weil ich wütend war. Ich glaube dir nicht. Du lügs. Aber nein, Laurie. Ich versichere es dir. Ich sehe, dass du mich nicht magst. Ja, das sehe ich doch bei dir auch. Aber nicht doch, Laurie. Schau. Ich wurde angestellt, um mich um dich zu kümmern. Und manchmal passiert es eben, dass dir meine Entscheidung nicht so gefällt. Aber das ist ganz normal. Meine Arbeit besteht darin, Entscheidungen zu deinem Besten zu treffen. Selbst wenn sie dir nicht immer passen. Das ist mir egal. Alles, was ich will, ist ein Kindermädchen, das mit mir spielt und das auf mich hört. Und ich möchte an Inka, die nie immer hier rein- und rauslaufe, verdammte Axe. Was möchtest du denn mal hier? Ich knipse. Komm, 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 komm. Dankeschön. So. Niemals werde ich mich auf so etwas einlassen. Sie hat echt urige Ideen. Komm. In diesem Fall muss dich enttäuschen. Ich bin dein Kindermädchen, aber nicht deine Dienerin. Die kleine Schmold. Vielleicht hat sie ja andere Zeiten die Kindermädchen quälen können. Aber wir leben im Jahr 2017. Da gab es auf jeden Fall kein Coronavirus, oder? Also zumindest hier nicht in Deutschland. Ich bin nicht dazu da, dir alles hinterher zu tragen. Auch wenn du das so gewohnt bist. Sie sieht mich ganz ohne jegliche Zurückhaltung mit hasserfülltem Blick an. Weshalb ich mich wirklich unwohl fühle. Okay. Jetzt müssen wir mal ganz kurz eben halt ein... Ein... Na. Puzzeln hätte ich bei mir gesagt. Nee, das ist Memory legen. Memory. Weiter geht's weiter. Was ja auch das Problem ist, was mich total irgendwie anätzt, ist das OBS. Ich mache das mit der Fensterbildaufnahme. Und dass ich das eigentlich so perfekt einstelle und so hat alles. Und wenn ich dann losstarte, bam, bam, bam. OBS das ganze Ding ansoomt irgendwie. Und dann sieht das Bild nachher nicht mehr ganz so schön aus. Ja, man tut, was man kann halt, ne? Mal gucken, wie das nachher im Endeffekt aussieht. Und so. Ich finde es aber selber persönlich auch besser, vom PC aus zu aufzunehmen. Muss ich auch ehrlich sagen. Das ist ein echtes Problem. Vielleicht sollten wir beide unseres Bestes versuchen, um uns gegenseitig zu verstehen. Diese andauernden Konflikte zwischen uns sind für mich ja genauso anstrengend wie für dich, weißt du? Laurie bleibt bockig und schaut rein wie drei Tage Regenwetter. Trotzdem bin ich davon überzeugt, dass wir durchaus miteinander klarkommen könnten. Du bist ein intelligentes Mädchen. Du weißt, dass deine Brüder Regeln aufgestellt haben, die deinen Wohlbefinden dienen. Na und? Du bist keiner meiner Brüder. Das stimmt. Aber ich folge ihren Anweisungen, wenn es darum geht, mich um dich zu kümmern. Und sie wollen das Beste für dich. Schön. Und ich bevorzuge es, wenn sie sich um mich kümmern. Schon, dass Papa nicht da ist, geht ja nun mal gar nicht, der blöde Sack. Ich umarme ihre Schultern. Ich nehme ihre Hände als Zeichen meines Mitgefühls. Ja, ich glaube, sie ist ja trotzdem noch ein Kind. Auch wenn sie vielleicht 800 Milliarden Jahre alt ist. Aber trotz all dem bleibt sie irgendwie ein Kind. Sie bleibt für immer Kind. Und das wird sich auch nicht ändern. Und dann wurde sie wahrscheinlich verwöhnt und so. Also ich glaube, so ein gewisses Lernen ist dann, oder Erziehung ist dann, glaube ich, ganz vorbei. Angenommen, sie wurde 500 Milliarden Jahre irgendwie scheiße erzogen. Dann kannst du es innerhalb von drei Jahren nicht machen. Das geht nicht. Das ist dann vorbei. Genau, das ist vorbei. So, was machen wir ja. Ich umarme ihre Schultern oder ich nehme ihre Hände als Zeichen des Mitgefühls. Ich glaube, wenn wir ihre Schultern direkt umarmen, dann kann sie uns ja gleich aufessen. Und wenn mich jemand ankommen würde, ich bin sau auf den oder was, dann würde, der kommt gleich an. Oh, guck mal hier. Dann würde ich sagen, nee, lass mal bleiben, weißt du. Und dann nehmen wir lieber die Hände. Das ist normal. Aber weißt du, sie können nicht immer für dich da sein. Sie haben ja auch noch ihr Leben. Kann sein. Aber wer kümmert sich denn um mein Leben? Na, ich. Na gut. Liebe Leute, ihr seht's. Lori ist so eben halt Lori. Ich glaube, da kann man so viel reden, wie er möchte. Es hat einfach keinen Zweck. Aber wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und wir sehen uns zum Nöten. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, Freunde.